Was besitzt du wertvoller als die gesamte Dunja und was in ihr ist? Sag es mir, dein Islam. Und daher, weil wir nicht den Stolz für diesen Islam haben und weil wir nicht dessen Wert erkennen, hat Allah uns mit anderen Leuten ausgetauscht. Allahu Akbar. Höre, was Allah Azzawajal sagt. Und er spricht die Gläubigen an. O ihr, die ihr glaubt. Wenn einer von euch seine Religion verlässt, so wird Allah ein Volk herbeibringen, die er liebt und die ihn lieben. Subhanallah. Die er liebt und die ihn lieben. Wenn Allah sieht, dass er von einem Volk nicht geliebt wird, auch wenn sie ursprünglich einen muslimischen Namen haben, wenn sie ursprünglich Mohammed heißen und Ahmed heißen und Mahmoud heißen, wenn Allah sieht, dass wir ihn nicht lieben, dann tauscht er uns ein gegen ein Volk, welches er, sagt zuerst, welches er liebt, Subhanahu wa ta'ala, und die ihn dann lieben. Allahu Akbar. Welches Volk ist das? Ein Volk, die den Islam zu schätzen wissen. Ihr solltet wissen, es gibt viele Leute in den muslimischen Ländern, die den Islam verlassen. Sagt man, was ist der Grund? Manche sagen dir die Medien, manche sagen dir, wir sagen, das stimmt alles nicht. Und der Grund ist, dass sie den Islam nicht verdienen. Nicht verdienen. Was ist das für ein Grund, Subhanallah, die Medien? Haben wir hier keine Medien, die gegen den Islam hetzen? Sagt es mir. Die hetzen von morgens bis abends. Und wenn sie das in der Hand halten, würden sie den Islam auslöschen. So voller Hass sind sie gegenüber dem Islam. Überlegt nur, in der Schweiz wird ein Niqab-Verbot erlassen. In welcher Zeit sind wir jetzt gerade? Welche Krankheit geht jetzt um? Hat bestimmt jeder gemerkt. Welche Krankheit geht jetzt um? Corona. Das heißt, alle, die auf der Straße sind, sind wie auf der Straße. Mit bedeckten Gesichtern oder mit offenen Gesichtern? Mit bedeckten Gesichtern. Selbst, die keine Muslime sind, haben gesagt, was soll der Quatsch, dass jetzt in der Schweiz ein Niqab-Verbot erlassen wird, wo doch alle ihre Gesichter bedeckt haben. Aber merkt ihr den Hass gegenüber dem Islam? Ja, Subhanallah, es geht nicht darum, dass diese Leute dir sagen wollen, wir haben Prinzipien. Nein, diese Leute haben Hass, einen extremen Hass. und das Verwunderliche ist, dass sie diesen Hass auf uns projizieren und sagen, wir wären die Hassprediger. Das ist verwunderlich. Das ist verwunderlich. Aber so seht ihr, was in deren Herzen wirklich ist. Allah hat uns gesagt, was in ihren Herzen ist. Allah sagt uns, offenkundiger Hass ist in ihren Herzen oder ist klar geworden bei ihnen. Er redet über diejenigen, die den Islam hassen. Und was ihre Herzen tatsächlich beinhalten, ist noch viel größer. Offenkundiger Hass ist schon von ihnen klar geworden. Aber was denkt ihr, was in ihren Herzen ist, wenn einer den Propheten sallallahu alaihi wa sallam mit einer Bombe auf den Kopf malt. Das ist nur, was er äußerlich von sich gegeben hat. Was hat er aber im Herzen? Gewaltiger oder nicht? Viel gewaltiger. Daher wundert euch nicht, liebe Geschwister, dass diese Leute versuchen, den Islam von morgens bis abends in Verruf zu bringen. Aber warum gehen die Leute vom Islam in unseren muslimischen Ländern? Ich sage euch warum. Weil Allah genau diese Äahe angewendet hat. Man yartadda minkum andini fasaufa ya'tila biqaumim yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wenn Allah sieht, dass Leute den Islam verlassen, dann wird Allah neue Leute herbeibringen, die den Islam lieben. Mit jeder Faser ihres Herzens lieben und ihn ehren und ihn achten und respektieren und nichts vor diesem Islam stellen, Allah wird diese Leute den Islam geben. Sehen wir das in der heutigen Zeit? Während viele Leute in den islamischen Ländern den Islam verlassen, was sehen wir in Europa? Was sehen wir? Konvertierung ohne Ende. Konvertierung ohne Ende. Und das möchte ich auch den Konvertierten sagen. Möge Allah Azzawajal euch segnen und euch die höchste Stellung geben, der Araber ist nicht besser als der Nicht-Araber. Der Araber ist nicht besser als der Nicht-Araber. Allah Azzawajal sagt, inna akramakum inda Allah atqaakum Die Besten, die Geehrtesten bei Allah sind die Gottesfürchtigen und nicht diejenigen, die vielleicht eine arabische Wurzel haben. Und so sollte ein jeder wissen von uns, diesen Islam, den wir heute im Herzen tragen, der könnte uns morgen genommen werden. Wie? Indem du die Blindheit folgst vor der Rechtleitung. Wenn Allah sieht, du möchtest diesen Islam nicht, dann wird er dich austauschen, subhanahu wa ta'ala. Verrückter, Verrückter, das ist das ist